Die letzten Päckchen noch aufs Boot geholt, dann geht es los. Nopadol Choy Hirun ist einer von Bangkoks letzten Postbooten, die ihre Briefe per Boot austragen. Die Anwohner am Flussufer sind auf den 55-Jährigen angewiesen. Es wäre sehr ungünstig für uns, keinen solchen Postbooten zu haben. Wir benutzen Boote zum Pendeln, der Postboote auch, weil es sonst keine Straßen gibt. Der 55-Jährige durchquert den sumpfigen Kanal im Bangkun-Tihan-Bezirk zweimal die Woche. Vor fünf Jahren ist der erfahrene Postboote auf das Boot umgestiegen. Damit gehört er zu den wenigen, die die Post noch so austragen. Nopadol gefällt seine Arbeit. Manche Familien geben mir Wasser, manchmal bringen sie mir ein Glas, manchmal eine Flasche. Das ist der Reiz meiner Arbeit und ich bin glücklich. Die Wasserpostbooten werden immer weniger gebraucht. Durch die zunehmende Urbanisierung zieht es immer mehr Anwohner in die Wolkenkratzer im Zentrum der thailändischen Hauptstadt. Für die wenigen aber, die immer noch am Kanal leben, sind diese Zustellungen unentbehrlich.